Die Rote AG, um 18 Jahre alt, 40 Kämpfer nach der 20 Säge. Erster bei den BHB-Meisterschaften 2012 und NRW-Meisterschaften 2011. Zweiter bei den BHB-Meisterschaften 2011 und NRW-Meisterschaften 2010. Vom BSV Gronau, Maike Bujukaida. Der Boxer in der Blaue Legge ist 21 Jahre alt, hat 65 Kämpfer, 55 Ziele, 8 Niederlagen, 2 Nächsten. Der war zwei Platzierter bei den U21 2011, erster Platz bei den U21 2009, Deutscher Unionmeister 2007 und 2009 von Potsdam Westen, Batschuky Ruoyan. Ringrichter Ulf Matritzfeld aus Köln. Drei Runden, drei Minuten, Ring frei, der Runde Nummer 1. Drei Runden, drei Minuten, Ring frei, der Runde Nummer 1. Drei Runden, drei Minuten, Ring frei, der Runde Nummer 1. Drei Runden, drei Minuten, Ring frei, der Runde Nummer 1. Drei Runden, drei Minuten, Ring frei, der Runde Nummer 1. Drei Runden, vier Minuten, Ring frei, der Runde Nummer 1. Der Runde Nummer 1. Drei Runde Nummer 1. Drei Runde Nummer 1. Drei Runde Nummer 1. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.